Wenn du nach § 93 SGB III den Gründungszuschuss beantragt hast und du hast eine Ablehnung bekommen, dann wirst du in diesem Video erfahren, was genau du tun kannst, um mit dieser Situation dennoch zielführend umzugehen. Mein Name ist Daniel Schäfer und seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Existenzkundung und auch natürlich mit den verbundenen Fördermitteln, um den Markteintritt zu erleichtern oder überhaupt erst zu ermöglichen. Und eines dieser Förderprogramme, die wir schon hunderte von Malen insgesamt bundesweit beantragt haben, ist das Förderprogramm aus dem AEG I heraus in die Selbstständigkeit in den Vollerwerb. Und dieses Förderprogramm heißt Gründungszuschuss und hier können viele Fehler passieren, aber auch die Ermessensleistung des Sachbearbeiters dazu führen, dass der Antrag abgelehnt wird. Und jetzt erfährst du, was du dann konkret tun kannst. Die häufigsten Fehler, die Menschen machen, wenn sie Gründungszuschuss beantragen, sind formelle Fehler. Und das ist auch plausibel. Die meisten machen das zum ersten Mal. Und wenn man etwas zum ersten Mal ohne Hilfe macht, macht man natürlich viele Fehler, im schlimmsten Fall alle Fehler. Ganz besonders häufig werden die 150 Tage falsch berechnet, denn die Behörde rechnet anders als du und ich, nämlich nicht die Kalendertage, sondern pauschal Tage pro Monat. Weiterhin werden die Fehler gemacht, dass ein alter Vollerwerb vielleicht aus Studentenzeit noch vorhanden ist. Sprich also, du warst schon über 15 Stunden im Vollerwerb tätig. Schlimmstenfalls verlässt du nicht nur den Gründungszuschuss, sondern musst auch AEG I zurückbezahlen. Weitere Fehler können sein, dass die Tragfähigkeit im Finanzplan gar nicht abgebildet worden ist. Oder auch ein häufiger Fehler ist, der Antrag wird falsch ausgefüllt. Bestimmte Kreuze an der falschen Stelle gesetzt, führen formal zur Ablehnung. Das Einzige, was du dann machen kannst, ist versuchen, Widerspruch zu gehen ins Klageverfahren. Aber häufig werden diese Fehler nicht mehr heilbar sein. Und du wirst über Monate dann dich mit dem Arbeitsamt vom Gericht, vom Sozialgericht, wieder treffen und trotzdem verlieren. Entweder das gesamte Geld oder die Zeit, weil es gerne mal 6 bis 18 Monate dauern kann. Und die zweite Kategorie sind Fehler, die du heilen kannst. Beispielsweise kannst du ein sogenanntes Tragfähigkeitsgutachten noch nachreichen, wenn du bereits alles abgegeben hast. Denn die fachkundige Stellungnahme, die füllst du nicht nur selbst aus oder nicht nur das Formblatt, sondern du musst in der Regel noch 2, 3 oder 4 Seiten geschrieben werden von einer extern zugelassenen Stelle. So kannst du zum Beispiel bei uns bei der X-Group dieses Tragfähigkeitsgutachten anfordern und dann sind deine Antragsunterlagen auch vollständig. Herausfordernder wird es, wenn der Sachbearbeiter seine Ermessensentscheidung zu deinen Ungunsten trifft. Wenn er beispielsweise feststellt, dass du dich gar nicht ordnungsgemäß und ausreichend oft beworben hast und damit aus seiner Sicht offene Stellen, also die Vermittelbarkeit in den ersten Arbeitsmarkt gegeben ist, wird er deinen Antrag ablehnen. Warum? Weil die Politik es so will. Denn es gibt genügend Arbeitsplätze, die frei sind. Und die gilt es zuerst mit Mitarbeitern, mit Angestellten zu füllen, bevor der Gründungszuschuss für Neugründung tatsächlich auch bewilligt wird. Wenn also dein Antrag abgelehnt worden ist auf Gründungszuschuss und du hast mit dem Klage- und Widerspruchsverfahren oder mit dem persönlichen Gespräch mit dem Sachbearbeiter keine Chance auf Heilung oder Genehmigung deines Antrags auf Gründungszuschuss, dann kannst du immer noch dein Gewerbe, deine Freiberuflichkeit zurückmelden auf Nebenerwerb und weiterhin ALG 1 beantragen. Der einzige Nachteil ist, du hast keine Freigrenze für den Zuverdienst, sondern nur maximal 165 Euro. Und vielleicht müsstest du dich auch noch bewerben, aber du hast auf jeden Fall die Krankenversicherungsbeiträge sicher und du hast dein ALG 1 bis zum letzten Tag ebenfalls sicher. Eine weitere Möglichkeit, die dir dann noch offen steht, ist, wenn du dein Gewerbe wieder umwählst auf Nebenerwerb, der Gang zum Jobcenter. Denn dort bekommst du nicht nur für die gesamte Dauer deiner späteren Vollerwerbsgründung die entsprechenden Mittel für Mieterunterkunft, Lebenshaltungskosten und Krankenversicherung, sondern du kannst bis zu dreimal auch noch Zuschüsse bekommen. Einmal bis zu 5000 Euro für Gründungsberatung, Vorgründungsberatung, die konzeptionelle Beratung, das zweite Mal 5000 Euro Zuschüsse für Investitionen und dann kannst du sogar noch Einschießgeld beantragen, sprich also noch Mittel für dein Working Capital, für deine laufenden Kosten, die du hast im Laufe deiner Existenzkunde. Die sechste Option ist, dass du dir einen Mikrokredit beschaffst, sprich also ein Darlehen. 10.000 bis 25.000 in der Regel gibt es in den Bundesländern relativ leicht zu beantragen für ein Gründungsvorhaben. 50% der Mittel kommen dann in der Regel vom Land und 50% von der EU. Daher sind die Konditionen auch relativ gering gehalten. Auch die Anforderung, die Bürgschaft ist hier nicht erforderlich. Zinssätze sind überschaubar und du hast sogar noch tilgungsfreie Zeiträume. Oder du machst es so, wie ich mich damals selbstständig gemacht habe. Da habe ich auch 60 Stunden gearbeitet, vielleicht mal 70, davon 30 Stunden im Nebenerwerb und die anderen 30 Stunden in meine selbstständige Tätigkeit. Das ist durchaus zulässig und so kannst du die verschiedenen Optionen auch miteinander kombinieren. Du nutzt also erst dein ARG 1 bis zum Abschluss, dann vielleicht Jobcenter, Bezüge und Zuschüsse und suchst dir vielleicht einen Nebenjob, den du immer weiter zurückfahren kannst, je mehr Einnahmen und Gewinne du aus deiner Selbstständigkeit verzeichnen kannst. Wie du also siehst, lauern Lösungen überall und das sind längst nicht alle Möglichkeiten und Optionen, die du in der Kombinierbarkeit zur Verfügung hast. Aber besser wäre es, wenn du gleich den Antrag richtig stellst und die meisten Fehler nicht machst. Und auch dafür gibt es sogar Zuschüsse, einen Gutschein, einen AVGS, einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, der bis zu 5000 Euro Beratungskosten auch tatsächlich übernehmen kann. Diese sind ein 100%iger Zuschuss, sie sind nicht rückzahlbar und über die X-Group, weil wir dort zugelassen sind, bundesweit mit dir diese Beratung machen, kannst du genau diesen Gutschein beantragen. Dann bist du sicher, dass du vor den Vierlern dieser Art geschützt bist. Wenn du also Unterstützung brauchst, beim Arbeitsamt den Antrag auf Gründungszuschuss zu stellen oder auch bei Banken oder Fördermittelkrediten die Anträge richtig zu stellen oder Investoren vorzusprechen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Unsere Berater können zunächst in diesem Erstgespräch herausfinden, wie wir dir helfen können und auch prüfen, welche Rechte, welche Optionen du hast, auch diese Förderprogramme richtig zu beantragen. Wir sind an deiner Seite, nicht nur bei der Gründung, sondern auch später bei der Umsetzung bis hin zur Tragfähigkeit, dass du tatsächlich davon leben kannst. Deshalb like dir jetzt nicht nur das Video mit Daumen hoch und betätige auch die Glocke, dann wirst du in Zukunft informiert, sondern abonniere den Kanal und mach jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.